Unsere Behandlungszone sind die Augenringe. Manche Patientin stört, dass sie so ein bisschen bläulich verfärbt sind unter den Augen, dass die Augenhöhle etwas eingesunken ist. Dem kann man mit Hyaluronsäure entgegenwirken. Die Hyaluronsäure wird hier in die Tränenrinne gespritzt. Dadurch wird das Ganze etwas angehoben und die Hautqualität dort verbessert sich. Die Behandlung ist relativ schmerzarm für die Patientin. Wir würden das vorher mit einer Betäubungscreme betäuben. Die wirkt 20 Minuten ein. Die Behandlung an sich dauert auch noch mal ungefähr 20 bis 30 Minuten. Die Patientin sieht sofort einen Effekt, da die Hyaluronsäure sofort den Bereich unter den Augen aufpolstert. 24 Stunden später wird es noch ein bisschen ausgeprägter sein und die Patientin hat sicherlich neun Monate bis anderthalb Jahre etwas von diesem Ergebnis. Das war's. 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 Das war's.